Das ist Familie Müller. Familie Müller erwartet Nachwuchs. Doch leider ist das Haus, in dem sie wohnen, zu klein. Frau Müller hätte auch gerne einen Garten mit Sandkasten. Die Lösung, ein Umzug in ein größeres Haus. Sowohl Frau Müller als auch Herr Müller freuen sich sehr auf ihre neuen vier Wände. Vor dem Umzug muss das alte Haus aber noch schnell verkauft werden. Sollte er nicht so schwierig sein bei so vielen Immobilienportalen im Internet, denkt sich Herr Müller. Gleich am nächsten Morgen macht er Fotos vom Haus und trägt die Informationen zusammen, die er für eine Anzeige benötigt. Als er alle Unterlagen und Informationen hat, setzt er sich an seinen Computer und annonciert in einem der Immobilienportale und gleich noch in ein zweites. Denn je mehr, desto besser. Nach kurzer Zeit ist sein E-Mail-Postfach vollkommen überfüllt von Anfragen und Nachfragen, das Telefon klingelt ständig zu allen Uhrzeiten und damit nicht genug. Dutzende Interessenten sind gleich vorbeigekommen, um sich das Haus anzusehen. Dabei wollte Herr Müller zusammen mit Frau Müller einen gemütlichen Abend verbringen. Vollkommen erschöpft von den ganzen E-Mails, Telefonaten und Diskussionen mit den Leuten vor der Türe, kommt Herr Müller auf den Gedanken, doch lieber einen Profi zu engagieren, der sich um alles kümmert. Wir übernehmen für Sie den gesamten Verkaufsprozess. Wir prüfen alle Unterlagen, schauen uns die Bauakte bei der Behörde an, erstellen professionelle Bilder und ein hochwertiges, aussagekräftiges Exposé. Während Sie Ihrem gewohnten Tagesablauf nachgehen können, begutachten wir Ihre Immobilie, errechnen den richtigen Kaufpreis und beschäftigen uns mit sämtlichen wichtigen Unterlagen, wie zum Beispiel der Baulastenauskunft und dem Erschließungsnachweis. Anschließend beginnt die Vermarktung. Unsere vorgemerkten Kunden werden benachrichtigt, dass ein neues Immobilienangebot verfügbar ist. Außerdem veröffentlichen wir das Angebot auf den einschlägigen Portalen, den sozialen Netzwerken unserer Homepage und in unserem Büro. Wir kümmern uns um alle Anfragen zu Ihrer Immobilie, die uns erreichen. Hierbei filtern wir bereits die Interessenten heraus, die für Sie als Käufer nicht in Frage kommen. Mit den potenziell passenden Interessenten besichtigen wir daraufhin Ihre Immobilie. Wir führen die Verhandlungen mit den Interessenten und erzielen so den für Sie gerechten Kaufpreis. Zu Ihrem Vorteil kennen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen und die gesetzlichen Pflichten beim Immobilienverkauf. Dann bereiten wir mit dem Notar einen Kaufvertrag vor. Nachdem beide Parteien diesen überprüft haben, begleiten wir Sie zur Beurkundung des Kaufvertrages. Und das alles machen wir, während Sie einfach weiter Ihrem Alltag nachgegangen sind. Wir bieten Ihnen also das Gesamtpaket von A bis Z. Wenn Sie Ihre Immobilie professionell verkaufen möchten, dann rufen Sie uns an oder kommen zu uns und erfahren in einem persönlichen Gespräch die Vorzüge einer professionellen Vermarktung. Wir freuen uns auf Sie!